In der Osternacht wird das Osterwasser geweiht und über uns ausgesprengt. Wir werden dabei an die Taufe erinnert. Die Taufe ist reich an Symbolen. Wir haben Licht, wir haben das Wasser. Wasser brauchen wir zum Leben, Wasser brauchen wir zur Reinigung. Wie gut tut das Bad, wie gut tut eine Dusche. Wasser brauchen wir zum Leben, um uns am Leben zu erhalten. Wie gut tut die Erinnerung an die Taufe, dass wir getauft sind auf das Leben. Dass wir getauft sind auf Jesus Christus, der das Leben ist. Wenn wir eine Kirche betreten, in der Osternacht mit dem geweihten Wasser besprengt werden, erinnern wir uns an unsere Gotteskindschaft. Dass wir verbunden sind mit dem Gott des Lebens. Dass wir getauft sind auf seinen Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.